3, 2, 1, Cut. Okay. Apertum errat. Auslöse des ACI. Akkusativ des ACI. Hannibalem. Infinitiv wie Kisse. Wie Kisse dürfen wir nicht verwechseln, etwa mit einer Form des Konjunktiv-Plus-Quamperfekts, den wir eben erst durchgenommen haben, sondern es handelt sich hier um einen Infinitiv-Perfekt-Aktiv haben, hier aber hatten, das hatte, weil errat, der Auslöser, in der Vergangenheit steht und diese Form dann eine Stufe weiter in der Vergangenheit stehen muss. Man nennt dies Vorzeitigkeit. Also vor, das ist vorher geschehen. Klar war es da. Vorher aber hat Hannibal gesiegt. Apertum errat, dass Hannibal Wig hatte. Das, ein Magnambartem, auch Akkusativ des ACI ist, dazu ein Genpl, genetiv plural, Militum Romanorum, Per, und hier wieder nicht ist, sondern Persevar. Weiter, Statim, sogleich sofort als bald, Urbs-Komplibatur. Die Urbs-Wurde-Komplibatur, wovon? Applativ Singular, von Timore et Klamore. Weiter, Kombinärund, Perfekt drüber, so im Plural Perfekt, das Erund kennen wir, Kombinärund, Senatoris. Zuletzt, schließlich, Jam Antikuram, Starband, Antikuriam, die Matronen, die Ehefrauen waren schon besorgt, braucht ihr nicht übersetzen, Matrone, Starband, Queer, diese Matronen, Queer ist klar, kausaler Nebensatz, Queer, Timewand, Imperfekt, weil sie, Timewand, wen oder was, Mortem, Akkusativ Singular, genetiv plural, zu Orum, weil sie, Timewand, wen oder was, die Mortem, zu Orum, Mulieres, die Mulieres, Rogavere, und hier haben gefragt, ist falsch, denn da müsste abkommen, sondern haben gebeten, dass, wen oder was, haben sie gebeten, Akkusativ Singular, Senatore, Singular Sonatores, und, wem, Dativ plural, den Hominibus, zu Auxilio, venierend. Das war's schon, 3, 2, 1, Kaffee, weg.